cool machen wir natürlich ok ok sonst könnt ihr aber nichts upgraden ne ne ok so wohin wollt ihr wir leben alle noch momentan ja also könnt ihr jetzt so langsam da ist noch eine eine truppe die uns nicht haben möchte ok ok jawohl gut wenn nicht gut nicht gut nicht gut zwei sind tot scheiße shit 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 zwei sind tot vielleicht wollen ja hier hin das wäre natürlich geil aber ich höre hier gerade etwas böses was denn platzieren geistertotem cool geil cool wir haben es geschafft das gut das gut vergessene lichtung ort entdeckt venger helfen eskorte erfolg ja kannst du langsam wieder ausblenden zwei venger wurden deinem dorf hinzugefügt das ist auch gut da unten ist aber noch ein komischer gegner wir brauchen schild können wir den zähmen könnte sein bären können wir noch nicht zähmen tschüss wie viele da sind hallo ja ja passiert tschüss wie viele die einfach sind eben schon heute das geht doch immer so da kommen noch welche oder ne da oben sind welche ne ok dann lassen wir sie in frieden gehen mal eben schnell noch da hin tötet die angreifer und rettet die gefangenen venger machen war Oh, wie viel er das an hat. Wir heilen uns kurz. So, nice. Komm, wir befreien die eben. Und dann hoffen wir, dass die sich unserem Dorf am Schließen losbinden. Geil. Du bist ein kleiner Hurensohn und nicht irgend so Dankeschön. Wow, dafür haben wir jetzt einen Bewohner gekriegt. Hat sich ja richtig krass gelohnt. Richtig krass. So, 600 Meter. Komm, schaffen wir. Schaffen wir, schaffen wir. Wir müssen mal eben hier Hartholz... Äh, Alderholz. Da hast du auch immer Hartholz mit bei. Genau, Hartholz. Was soll ich denn mit Alderholz nochmal machen? Ein Dachs. Wow. Tschüss, wie viel die aushalten. Tschüss. Viel die aushalten. Das ist nicht mehr feierlich, Alter. Ein Dachs, Alter. Okay. Die sind eh schon tot. Kann ich auch weiterlaufen. Da ist noch Alderholz. So. Herstellen. Jawohl. Da vorne ist noch so ein komisches Feuer. Lagerfeuer. Eine Fähigkeit habe ich. Ah. Wir haben drei hinter. Das ist gut. Ähm, stellt bei der maximalen Heilung ein. Ähm. Okay. Okay. Wir machen mal das. Warte, was ist das hier? Schiefer. Geil. Können wir gebrauchen. Nein. Okay. Da habe ich mich gerade ein bisschen erschreckt. Holzpfeil. Hartholz. Ah, der ist hier oben, ne? Oh. Ich höre was richtig Böses. Das hört sich nicht schön an. Ich kann ihn nur im Stehen heilen. Ist ja doof. Ja, tot. Ja. Hä? Ist ein bisschen alarmiert. Zack. Nächster Tod. Könnt mich mal. Pisser. So. Was hier war? Irgendwo da. Gut. Da vorne ist noch irgendwas komisches. Schiefer oder so. Komm. Gib mir Schiefer. Danke. Ich höre schon wieder ein Dachs oder so. Da. Wie viele die aushalten. Sind nicht mehr feierlich. Ja, Junge. Okay. Dachs. Fell. Was war es hier? Ich sehe hier doch irgendwas. Ich höre, ich höre irgendwie einen Jaguar oder so. Das wäre natürlich cool. Mann, hier sind Wilfe. Da. Kann ich die nicht zähmen? War da oben der Jaguar? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Aber hier ist noch irgendetwas. Irgendetwas ist noch vor mir. Ist gerade wegrennt. Da ist noch ein Wolf. Sind da jetzt Wilfe hier gerade? Hinter uns ist jetzt gerade einer. Ah, hier ist ein Gepard. Kann ich doch auch zähmen, oder nicht? Welche Bessie? Hallo? Warte. Kuh. Bienenschwamm. Köder. Hm. Okay. Scheint gerade nicht machbar zu sein. Weil sie denken... Nee. Kein Bock. Ein paar Durgi-Zuflucht entdeckt. Hier ist aber 100% irgendwo einer. Geht er nicht. Hallo? Reden. Okay. Kannst halt schwachen. Wenn ich... M meine ich. Tschüss. Wieso ist hier als rot? Keine Ahnung, wieso hier als rot ist. Okay. Okay. Kapier ich nicht. Winja. Ja. Ja. Was soll ich machen? Ich hab nicht zugehört. Soll ich hier irgendwas machen? Hallo? Was wollen sie von mir? Okay. Dann... Dann fick dich einfach. Okay. Okay. Aua. Ich will nicht brennen. Okay. Da ist ein Wolf. Das sind, glaube ich, mehrere Wölfe. Okay. Dann... Würde ich sagen, nehmen wir das Alderholz. Wir steigen mal einen Berg hier rauf, ne? Schauen, was oben so an der Spitze so Interessantes gibt. Wenn wir den Berg heraufkommen sollten. Ich sehe gerade nicht irgendetwas, was mir weiterhelfen könnte. Wildschweine? Ja, Wildschweine. Okay, die brauche ich momentan nicht. Ha. Ha, ha, ha. Warte. Ähm. Kann ich das hier drauf sehen? Wie ich da drauf komme? Wow. Okay. Okay. Ich hätte einfach nur so rumgehen müssen. Ja. Aber wir können jetzt auch so rumgehen. Das ist mir jetzt egal. Okay. Das heißt, einmal hier runterspringen. Falls das möglich ist. Jawohl. Ist möglich. Gut. Hier könnte wieder ein Krokodil drin sein. Nee, ist es aber nicht. Wo ist denn die scheiß Hand? Da ist sie halt. Zack. Okay. Leute. Hier war. Suchen. Da. Da war die Tante. Tasche. Die Tante. Da ist sie froh. Du kannst nichts nehmen. So. Eben das Holz wieder abschlagen. Hartholz. Hartholz. Gigi. Gigi. Dann wir gehen mal hier rauf. Kleinen Trick versuchen. Der nicht... So ist hier ein Vogel. Der nicht machbar ist, weil wir keinen Kletterhaken noch haben. Noch keinen Kletterhaken haben. So. Deswegen gehen wir hier einmal rum. So. Und holen uns diesen hässlichen Aussichtszong. Brüllende Fälle entdeckt. Oh. Nicht den Typ umschlagen. Oh man, ich wollte gerade Tick da und machen. Was seid ihr? Du bist da. Mensch, scheiß... Dings. Ich weiß nicht, wie das heißt. Verkleidung. So. Isst du erstmal was? Ansonsten stirbst du mir gleich weg. Kommen wir zünden das erstmal an. Kuh entzünden. So. Geil. Die Eule. Rüllende Fälle Leuchtfeuer erobernst. Du erhältst 400 EP und Venture-Bevölkerung wird erhöht. Gut. Die ist auch immer schön. Feuer löschen. Plus drei. Wow. Wow. K-Fähigkeiten. Ah, nur plus eins. Das hilft mir gerade nicht allzu viel weiter. Bitte. So. Was bist du? Böser Büffel. Lol. Der ist voll schnell down gewesen. Krass. Jack. Okay. Krass, wie viel Tierfett und der Alts gegeben hat. Okay. Das ist niemals der Hund, alter. Das kann ich eigentlich mit Streicheln machen. Wieso soll ich den streicheln? Wisst ihr das vielleicht? Boah, wie schnell es einfach hell wird. Junge. Von 100 auf 100. Zack, ist hell. Den Baum biegen. Voll die Gummibäume. So. Wir. Nein, ich hilfe, sondern das. Wir. Wollten. Wieso ist das hier rot? Kann mir das irgendeiner noch sagen? Ich habe keine Ahnung. Wir wollten den da erledigen. Ja. Was ist das hier eigentlich? Den da wollten wir. Da können wir gleich hinreißen. Ich möchte hier mal eben noch das hier erkunden. Keine Ahnung, was das hier ist. Was ist das hier eigentlich? Ein Wolf, okay. Alles klar. Gehen wir da mal eben noch hin. Okay. Das hat jetzt so schnell geladen, dass er noch nicht mal was trinken konnte. Ähm, wo ist da? Da ist ein Blaublatt. Und ein Gelbblatt oder so. Okay, ein Wolf interessiert mich nicht. Ich habe selbst einen Wolf. Mein Wolf ist viel schöner als deiner. Okay. Da war eine Ziege oder ein Reh oder so. Okay. Wieso rennen die weg? I don't know. Und mich verunsichert das ein bisschen, dass das jetzt gleich unter mir ist. Warte. Jawohl, was ein Sniper wir sind. Krass. Der Wolf macht jetzt den anderen noch. Geil. So, der ist unter uns, ne? Da ist ein Bär. Der Ursprung. Warte, wir schauen mal eben auf die Map, ja? Nein, nicht Hilfe, sondern Map. Wieso? Jetzt mal ehrlich, wieso ist hier so ein Bild? Ansonsten, keine Ahnung. Wieso ist hier so ein Bild? Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Ich wollte, ich wollte wie in Minecraft so crouchen oder so. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Eben nochmal herstellen. Hartholz fehlt uns überall. Tschüss, der hat mich gerade voll erschreckt. Okay. Gut. Dann würde ich aber sagen, wir machen heute Schluss. Und werden in der nächsten Folge dann Karosh mal befragen, was der so von der Sache hält, von, von Ul und von, von, äh, Dingsbums, ähm, von den Avengers. Ich glaube, er ist ja auch ein Avenger, wenn ich das recht verstanden habe. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein. Ciao. 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 .